Ich würde echt sagen, wir spielen das Spiel durch oder zumindest, dass wir halt ins nächste Gebiet kommen oder so und ab da können wir dann sagen, ja, okay, können wir nachts umrennen. Dann können wir die Dächer nicht hochlaufen, Alter. Warum habe ich denn immer noch die scheiß Gefängnis-Quest aktiv? Mach ich doch mal kurz weg. Machen Sie mal. Es ist halt echt ein DLC. Hä? Ich kann die sagen, das Kind ist nicht gut. Ja gut, ne? Dann machen wir das hier. Gas-Masken-Heini. Hier so ein roten Hals. Ich freue mich. Ihr seid ja freundlich. Ach, hier ist ein Request direkt hier im Fischerloch. Das wollen wir doch eigentlich machen. Ähm, das ist nicht. Ich sehe es nicht, aber ich sehe nur ein Typ mit Gewehr und das ist nicht schön gelaufen. Und das zeigt mir, dass ein Custom-Mod an. Ja, da ist es gleich da unten, ja. Weil ich habe gerade die andere Quest aktiv mit der Gas-Maskel. Also, ich meine, die wäre gleich. Okay, ja, klar, aber. 100 Sekunden, das ist okay. Das stimmt, ich könnte auch mal meine Waffen wieder ändern. Ich brauche mal noch. Boah. Hä, wo ist man denn? Da. Was finden Sie denn? Gas-Masken-Heini. Ja, okay, dann komme ich jetzt zu euch, meine Fischerloch. Vorsicht, Denny. Geh mal weg von der Menge. Boah. Jetzt ist ein Survivor in need of help. I don't know. I don't knuff. Ich mach mal, dass der Krankenwagen ist offen. Ich hab so ein riesiges Nico Bellic-Outfit, das gefällt mir. Was für ein Ausfit. Nico Bellic, also, Gewehr 4-Karacke. Gewehr 4-Karacke. Verpiss dich. N***a. Haben wir nicht eine andere Mission offen? Ja. Wir haben Fischerloch, ja. Hey? Ja. Das ist aber nur Haupt-Rest. Bisschen? Nee, nee, das nicht. Aber ich will die ganze Zeit eine Haupt-Quest machen, deswegen. Das ist Fischer-Dorf, oder was? Ja, ja, das ist Fischer-Dorf, das Haupt-Quest. Und der Typ, der am Tor war, mit der Gas-Maske, das ist eine Side-Quest. Ja, dann. Side-Quest. Komm doch mal her, ja, ja. Hörl. Skollert wie im Hals vom Hoden. Schweine-Zombie. Ich weiß nicht, dass ich Schakur, aber Schakur weiß, dass wir das gemacht haben. Schakur sah ihn ohne seine Maske. Du sagst, dass du jemanden sahst als du gesehen hast? Ich habe ihn von hinter den Barakken gesehen. Er hat nicht gesehen, Schakur, aber Schakur sah ihn. Dann Schakur besser erzähle mich, wer es ist. Nein. Meine Informationen sind viel zu wertvoll. Wenn du wissen, was Schakur weiß, dann erst du eine Sache für mich. Dann werde ich dir. Ich werde dir sagen, dass wir nicht negatieren, Schakur. Natürlich nicht. Schakur sagt dir, was zu tun, und du musst dich übernehmen. Jetzt, übernehmen Schakur. Und was genauer möchte Schakur? Da ist ein Lippe nebenbei. Mein Schädenkopf fiel aus dem Boot und wurde verloren. Boah, sei wie ein Fisch und bring es mir zurück. Muss ich gerade an den South Park denken. Aber motherfucking gay Fisch. Kennst du das? Von Kanye West? Ja. Ja, klar, kann ich die Folge. Der Spacko, Alter. Bist du ein schwuler Fisch? Nimmst du Fisch, dich bin gerne in den Mund? Ich bin kein schwuler Fisch. Ja, die kenne ich. Die ist sau gut. Am besten was. Scannen. South Park ist generell richtig geil. Müsst du mir die echt noch suchen, oder wisst ihr, wo die ist? Scannen am besten. Ah, hier irgendwo. Super, super. Oder kennst du die Folge mit Paris Hilton? War das Paris Hilton, oder war das... Ist er ein Buttersarm wo? In der Bärenkostüm. Ich weiß nicht, oder war das Britney Spears? Entweder Paris Hilton oder Britney Spears, die rotzt sich die Birne weg und dann hat sie nur noch den Kiefer da. Ach so, das ist so pretty, das hast du testiert. Ja, Mann. Ich schwör, das war auch voll der, bis sie sich voll den Kopf wegschießt, dann voll... Oh, 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 oh. Noch mal weiterlebt. Ja, warum gollert? Ja. So angeschossen, dass er noch lebt. Und voll derb. Das war doch so ein Hals, so ein Hoden, sagt er jetzt. Ein Riesenbobel, Alter. Halte! Ja, der Wegstuhl! Ja, aber... Der hat ja der Popel gewachsen. Voll der aufgeblähten Popel, Alter. Und da platzt er noch. Hab ich noch nie gesehen. Ich hab grad richtig random mitbekommen, dass man auch dieses Überspringen bei... Mates machen kann. Ich kann das leider noch nicht, aber ja, ich hab's grad bei mir gesehen, das, was du gemacht hast. Ihh. Hoden-Sack-Hals. Der Hoden-Sack-Hals. Wo? Wo? Oh! Oh! Kommt doch her, du Aale! Okay, jetzt hab ich mal ne Axt auf den hier. Ja, man ist gequatzt! Das macht halt wirklich übelst Bock, die scheiß Waffen auf die Zombies zu schmeißen. Hab ich nie gemacht, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich auch spinne. Aber wenn du mir nirgends bist. Oh, nicht geflogen. Flange, flange. Flange, flange. Ich komm her. Oh, ich wollte mich grad herunterportieren. Was ist das? Oh! Na, hast du. Ah. Dann, er geht zurück nach den Garten. Aber jetzt ist er sehr schweig, so dass der Garten ihn sehen würde. Dann hat er den Locken und weggelegt. Du kennst ihn? Er war verrückt bei mir. Nichts wie Shakur. Aber du kennst, wer er? Natürlich! Er ist einer der Fischer-Mann, der, der sich als Shakur befestigte. Okay, ich will es nachdenken. By the way, Shakur, was in der Bag? Mein Heer. Mein Precious, clean Heer. Bevor wir zu der Wache gehen, können wir ja schnell... ... am Schnippi spielen. Komm schneib die Schneip! Haaa! Was ist das hier für ein Drecksbuss? Hier gibt's nicht mein Liebchen, Alter. Oh, ich vergesse jedes Mal das Scheißschwert eine zu machen. Oh! Array with you! Oh, was da liegt! Fort mit dir! Hint fort! Hint fort! Oh, die bewegt die Gesichter noch ein bisschen. Oh, da ist ein Passant in Hilfe! Äh, in Not! Der Passant braucht Not! Ich füchte nicht schnell! Ach nee, das ist ein Job hier. Ah, die Zähne und das Zahnfleisch, schön. Und? Wenn ich nach Gehör gehen müsste eigentlich... Hä? Ach, Gehör! Ich bin jetzt einfach in der Luft! Ich will auch sehen! Ach! Ich bin jetzt hier für ein Gehör. Ich bin jetzt hier für Rize. Ja? So sind wir. Wir. Rize sagte, er würde uns beschädigen, wenn wir ihn bezahlen. Aber so far, all he's getan ist, ist zu nehmen unsere Geld. Es gibt keine Schutz. Es gibt nur Anfragen. Es gibt nur Anfragen. Es gibt nichts anderes? Ich kann ja mal fett in die Fresse bingeln und einen hässlichen Orangensaft klauen. Mal gucken, ob es immer noch so ein Spasti bist. Ist er. Arschloch. Ja, macht er die Liegestütze ja auch nicht auf die draufstehe. Ja. Ja. Oh, er hat sogar eingeklatscht werden müssen. Oh, oh. Oh, oh. Hey, mein Freund, how is going? Okay. Oh, hier, der angelt. Hast du mal Bock, was richtig geil ist zu angeln? My dude. Das ist einfach nur eine Schnur, da ist nicht mal ein Haken dran. Das ist voll ja... Deswegen fängt er ja nichts. Hier, gönnen wir ein paar Pfeile, Danny. Man kann die Pfeile von dem anderen nicht mal klauen, ne? Geht nicht? Ne, ne. Von anderen Nöttspielern nicht. Los, die eigenen können wir sie wieder nehmen. Ja, dann kann ich dir ja welche droppen, oder? Wenn du willst. Wie warst du jetzt? Ich hab... Ich hab... 23. Ja, warte. Ja, warte. Eine Kiste ist offen. Wo muss ich denn da gucken? Ähhh... Da. Bitteschön. Bitteschön. In der Gartensegel. ja was der hat eine goldene waffe hippe bei mir ist eine nachricht wo wird in der hippe alter hier oben aus obendrin ja im regal neben dem fernseher geil und als ob ich jetzt wirklich zu einem richtigen haus war wo hast du nachricht okay aber schon da kann ich gesehen aber den müssen wir reden ursel was kann i do for ukraine you sabotage the gate girl so you let the infected in den den schnitzel mal gar nichts so was someone else saw you oh what is it show me there's also the mask i found in your hut yeah well what was i supposed to do the village didn't want to pay tribute to rice and rice was getting impatient that's why he said you right so you allowed an attack on your own people i had to convince them that they needed rice's protection it did the job didn't it so what the hell do you care now musa wants to put a bullet in gas mask man and that's a problem yeah make sure it doesn't happen you'll be explaining why you allowed infected in the village all right all right all right mich reiß es ist eine stinke quest einfach hin und her laufen alter all right gas mask man won't be bothering you anymore did you put a bullet in him no that wasn't necessary to what he did look you may not like it but murdering people still kind of a big deal if you decide it isn't you and me are gonna have some problems no problems mister i just got mad i never hurt anybody thanks for talking to him hao mit der belohnung hao mit ja ich glaube hier ist jetzt auch sehr verdächtig aus und der brücke like a penna ich scan mal gerade die gegend ein bisschen irgendwie scheint aber doch nichts zu sein hmm hier ist bloß die rolle kiste hockmesser oh guck mal hier im einkaufswagen eine zombie statue herrlich oh die habe ich doch vergessen immer zu schalten hey kommt mal mit, hier ist ein GRE Paket rechts bei dem fetten hier hallo aber man kann das hier benutzen er säuft ja dann, wartet mal kurz er ist tot er ist nicht, ja ok ich habe mir einen Kopfschuss gegeben weil jetzt läuft das Wasser noch nicht hoch ach so, dann wäre er so offen, ja ja dann wäre er so offen fackeln das ist drauf geht kann man es auf der anderen Seite auch aufmachen ne ne oder ne was ist das für ein Ort hier wollen wir mal die Machete jetzt holen, die auf dem Dach ist wo man fünfmal dagegen kippen muss ich denke schon ich weiß war nicht das Haus ich weiß aber ist das nicht hinter dir da hinten ist es da hinten ist es glaube ich alles lass mal hingehen ach wisst ihr hier springt ja immer irgendeine scheiße in der Luft wenn mich verfolgen die äh aufpassen ich glaube die haben Schusswaffen im Bogen ist mir egal was sie haben Alter ich bin ja out of ammo ich spaß dich was ist jetzt los wir müssen hier die Leichen durchschuben oh mein Gott ja oh mein Gott ja wo muss ich jetzt aus dem Unschlag ach so der Kenny ist da schon ja ich wollte das mir jetzt Krankenwagen luken Wie die Pics und so. Funktioniert immer die Scheiße, also. Okay, das war ja nicht smart. Ich wollte ihn pushen. Ach Mann, das stinkt doch jetzt schon wieder. Ich hab keinen Bock zu verrecken, aber die ganzen verfickten DP wieder weggehen. Warte. Warte. Komm da hin, irgendwie. Wo bist du denn? Ich hab nur noch neun Sekunden. Ach, der Wichser ist tot. Ja, ich hab ihn erschossen. Polizeigewehr, nice. Polizeigewehr, was ist denn hier? Was ist da jetzt der Unterschied? Das Polizeigewehr ist stärker, glaube ich. Warte. Warte, das macht mehr Damage oder es hat ne kleinere oder höhere Schussrate oder Magazin, irgendwie so. Ich vergleich mal. Ja, Polizeigewehr ist stärker. Stärker, ne? Ja. Also in allem stärker. Das war übrigens die Tankstelle, wo ihr noch gefragt habt, ob das mal irgendwann eine Safe Zone ist. Ja. Jetzt halte ich doch in der Scheiß-Laterne fest, Mann. Meine Fresse hier. Ja. Alter, natürlich. Erst ein fett Damage. Ah, du! Kraniger, unkranlicher. Kranig. Ja. Ich bin oben. Erstmal gucken, ob das noch hier ist. Aber ich denke schon, oder? Ja. Ja, das ist hier. Ja. Schon da. Ja. Jetzt da rüber. Ja. Darüber. Wie es aussieht, hat Tom es gleich geschafft. Er hat die Laterne geschafft, ja. Ich beobachte ihn mal ein bisschen. Oh Gott. Wäre fast runtergefallen. Ah, da ist er. Ja. Jawohl. Guten Tag. Guten Tag. Gut. W-ok. Mälyck, mach jede Jahre. Das muss man erst herstellen. Krass, das liegt direkt drin. Das ist doch nicht aber geil, dass wir den Entwurf bekommen haben. Oh, ist ja easy, Alter, was? Alkohol und Dings. Geil, mach ich gleich mal. Also für den Anfang fand ich die damals sehr gut. Wo sind die? Ach, die ist 18 unten. Boah, 400 Schaden, geil. Richtig gut, freuen wir uns jetzt hier. Aber kannst halt nur viermal... Nee. Wie kann man reparieren? Bei mir hat ja einfach 498 Schaden, Alter. Du kannst sie doch immer wieder herstellen, Danny. Ja, stimmt. Ähm, also wenn man drippt. Easy. Wie aber an die Kante, damit ich es besser sehen kann. Wie ist es? Danke. 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 How long it took for someone of her calendar to, uh, break. What? No, no, forget it, I'm not doing it. I hear no true conviction in your voice, Crane. You have not yet made your choice, I can tell. Will you be a dog and save the dwellers of the tower? Or will you be a man and save the maiden? Go and think about it. Give it to me. So what happened? One person turned and had a couple of other people trapped. We could have sealed off that one apartment, but Brecken wanted to save as many lives as possible. It went bad. Somebody had to make the call. And now we've lost the entire floor, including, including a couple of kids. You better talk to Brecken. I have to get these meds to Lena. This is where we get the announcements about the antisendrobes. And they've just stopped. They were catching me! AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH! AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH! I promise. Lena had to step up. Maybe she should be in charge. What the fuck, Crane? I'm no leader. I'm a goddamn parkour instructor. I saw all the free-winning... Wait, that was you? Brecken, you showed these people how to survive. Do you know what my pockets were full of when I showed up in her run? F***ing business cards! I was hoping to drum up some more students. Maybe get enough so I could save up and buy a house. Instead of that poxy little flat I've been renting. Listen. I'm gonna talk to Rice myself. Woah, woah. Hang on a minute. Reckon these people still need you. Just give me some time, alright? There's gotta be another way. A better way. Fine. Ich warte, aber nicht für lange.